Bei der Übung Super-Mail ist es wichtig, Bauchlage, Arme und Beine sind durchgestreckt, Füße stehen auf, Arme und Beine heben parallel ab nach oben. Halten, Spannung spüren und wieder runter. Ablegen kurz und wieder hoch. Und wieder runter. Bei der Plank geht ihr in den Unterarmstütz. Ellbogen setzen auf, Füße, Beine gestreckt. Schön den unteren Bauch anspannen, damit ihr eine Linie bildet. Immer schon auf den Bauch achten, Rücken anspannen, dass ihr die Spannung im ganzen Körper spürt und das dann so lange wie möglich gut und sauber ausführen. Wenn ihr merkt, dass der Bauch einsägt oder nach oben führt, immer wieder korrigieren. Wir machen heute den umgekehrten Schneeengel in umgekehrter Reihenfolge auf dem Bauch liegend. Dabei ist es wichtig, die Arme und Beine auszustrecken. Vorne hin. Arme und Beine heben ab und dann fühlen sie zueinander. Füße richten sich dabei immer Richtung Boden und wieder zurück. Wer kann, kann oben bleiben. Wer eine Pause braucht, kann kurz ablegen. Wieder hoch, wieder zueinander führen und wieder zurück. Ablegen. 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 Vielen Dank.